Musik Sowohl bürgerliche als auch linke schwören auf dieses Buch hier. Die Dialektik der Aufklärung Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Das Buch des Jahrtausends hat irgendwer in der FATS geschrieben. Andere Buch des Jahrhunderts und so weiter. Daher, und vor allem von Antideutschen, aber auch von anderen Linken wird er oft benutzt als, oder werden die beiden oft benutzt als eine Referenz, wenn es darum geht zu verstehen, was ist eigentlich der Faschismus. Also letzte Woche haben wir uns, letzte Woche, letzten Monat haben wir uns darum gekümmert, was für falsche Faschismus-Erklärungen so unterwegs sind. Auch diese Faschismus-Erklärung, wenn es denn überhaupt eine ist, ein Teil der These wird sein, dass es gar keine ist, aber auch diese Faschismus-Erklärung finden wir ja falsch. Und daher dachten wir, es macht Sinn, da das ja zumindest in linken Milieus noch recht weit verbreitet, das sich mal damit zu beschäftigen. Und das machen wir jetzt mal einfach. Ich meine, die kritische Theorie, die Schule der Frankfurter, die hat natürlich einen Begriff des Faschismus, der vielleicht über diesen Aufsatz hinwegläuft. Aber vieles der Sachen, die ich heute erzähle, nehmen viel aus diesem Buch, ein bisschen auch was aus Negativer Dialektik von Adorno. Und ist schon ein bisschen der Anspruch, dass das eigentlich auch der Begriff ist für Faschismus, Totalitarismus, den die Frankfurter Schule mit sich trägt. Und zwar wirklich alle von denen. Und wenn man das Buch liest, fällt eigentlich zuallererst mal auf, Faschismus, Totalitarismus, was der Inhalt davon ist, das erklären die sich eigentlich gar nicht. Wer sich erhofft zu verstehen, was die Nazis so dachten, was die für Ziele hatten, warum die auf Ideen von Weltherrschaft kamen, warum die in den totalen Krieg wollten, welche Logik deren Handlungen folgten, was das mit Staat, Nation, Volk und Kapital zu tun hat, der wird bei der kritischen Theorie, zumindest bei diesem Buch hier, Dialektik der Aufklärung, enttäuscht sein. Nun muss man jetzt auch nicht unbedingt an den Text herantragen, was der Text vielleicht gar nicht bringen will. Also insofern fair enough, vielleicht geht es dem Text ja gar nicht darum. Und das ist auch wirklich Teil der Theorie hier. Die Erklärung der Sache Faschismus oder Nationalsozialismus, sagen wir mal, wenn es sich auf Deutschland bezieht, das ist wirklich gar nicht deren Sache. Der Text befasst sich eigentlich mit der Frage, wie konnte es nur so weit kommen? Und bewegt sich damit eigentlich auch sofort schon in der Frage eigentlich, schon weg von der Sache des Nationalsozialismus und will erklären, warum, unter welchen Bedingungen sowas überhaupt passieren konnte. Anders als Dimitrov, den wir letztes Mal kritisiert haben, will er das aber gar nicht an realen historischen Begebenheiten erklären, also so Bedingungen von wegen Klassenanalyse und welche Klasse des Finanzkapitals stand dahinter und so weiter, sondern, also das wäre, übrigens, das wäre schon ein Fehler an sich, das haben wir in der letzten Folge auch gezeigt, als wir über Dimitrov gesprochen haben. Denn damit erklärt man ja gar nicht, was der Faschismus ist, sondern nur, was seine Bedingungen sind, dass er zustande kommt. Aber selbst diesen historischen Fehler, den wollen Adorno und Horkheimer gar nicht machen. Also darum geht es denen gar nicht. Die wollen lieber, und das wird auch ein bisschen Inhalt sein von der Kritik heute, philosophieren. Die wollen lieber philosophische Fehler machen. Das sind also Philosophen. Ja, und wenn man Philosophie sagt, wenn ich Philosophie sage, dann meine ich Folgendes. die wollen das Verfahren der Rechtfertigung, der Realität, das sich Philosophie nennt, betreiben. Das halten sie hoch, das finden sie gut, und das ist ihr Geschäft. Was meine ich mit Rechtfertigung der Realität? Die stellen sich die Frage, wie kann man das, was man heute beobachtet, was man auch meinetwegen gerne an Schäden und Leid in der Welt festhält und erkennt, wie kann man dem dann in dem, also hinterfragend quasi in diesen Dingen dann tatsächlich nach irgendeinem Sinn erkennen? Zu dieser Sinnfrage haben die ein ganz kompliziertes Verhältnis, im Sinne von, dass sie die eigentlich gut finden, aber andererseits nie beantwortet haben wollen. Und das ist so ein bisschen das Credo der Frankfurter Schule, beziehungsweise das Credo dieses Buches der Dialektik der Aufklärung. Aber eins kann man erst mal festhalten, die wollen die Suche nach einem guten Sinn. All dieser Dinge, all dieser üblen Geschäfte, die wir auch in unserer Welt hier so mitbekommen, die wollen irgendwas, was hinter diesen Geschäften steht, hinter diesen Gegenständen steht, hinter der Realität steht, was dem Ganzen irgendwie einen Sinn gibt. Sie wollen also die Dinge nicht einfach so nehmen und verstehen und erklären, wie sie sind. Das wäre ja in deren Gestus, das wäre ja einfach. Ach, da würde man ja die Sachen einfach so stehen lassen, wie man sie sieht. Da würde man sich ja gar keine geistige Anstrengung mehr leisten. Das wäre ja Positivismus. Sondern sie wollen die Dinge hinterfragen. Und ja, den hinter ihnen stehenden Sinn, die Vernunft, also die Logik irgendwie, das, was das Ganze irgendwie doch noch sinnvoll erscheinen lässt. Also etwas quasi im Endeffekt, wozu man dann auch sagen kann, ja okay, wenn es Sinn macht, dann kann man dazu auch Ja sagen in ihnen finden. Rechtfertigung. Sie fragen nach dem Sinn der Dinge, in gewisser Weise nach einem Weltschlüssel, einer Idee oder einer Abstraktion, unter die sich alle Dinge der Welt so einordnen lassen, dass sie dann auch Sinn stiften. Und das sehen die als deren Aufgabe. Jetzt werden sofort die Leute, die das Buch gelesen haben, sagen, Moment mal, der Inhalt des Buches ist doch genau das Gegenteil. Die sagen doch gerade, dass wenn man da glaubt, die Antwort gefunden zu haben, dass man da dann schiefläuft. Und genau das ist der Punkt. Da biegen sie dann wirklich ab und machen was anderes als die traditionellen Philosophen, die diese Sinnsuche wollen. Die Sinnsuche wollen sie auch. Aber was sie quasi verbieten wollen und wo sie quasi den Leuten eindringlich machen wollen, dass man sich ja nie irgendwie auf den Ast begibt, dass man glaubt, diese Frage tatsächlich beantwortet zu haben. Denn hat man diese Frage beantwortet, für sich ist man totalitär. Ist man faschistisch, nationalsozialistisch, was auch immer. Zurück zu dieser Sinnfrage. Man ist also unterwegs bei der Sinnfrage und die finden sie gut, die halten sie hoch, die wollen sie machen. Sehen jetzt aber die Judenvernichtung und sagen in einem Moment, aber das ist ja ein Ereignis in der Geschichte. Da verbietet sich jede, oder das ist eigentlich völlig unmöglich, das postulieren sie übrigens auch, das verargumentieren nicht so, das postulieren die einfach, ist völlig unmöglich einen Sinn hinter diesem furchtbaren Ereignis zu finden. Da ist eine Unmöglichkeit in diesem Ereignis für sie stehend, dem noch einen Sinn zu geben. Für die verbittet sich eine Erklärung. Für die ist also eh übrigens die Sinnsuche, ist für die irgendwie mehr oder weniger synonym. Dazu kommen wir auch gleich zu Rechtfertigung. Also wenn man eine Erklärung finden würde für die Judenvernichtung, ja, dann würde man die ja auch irgendwie rechtfertigen. Da vermischen die den Begriff einer Sache, die Erklärung einer Sache mit ihrer Rechtfertigung, mit ihrem Sinn, das ist was die als Sinn verstehen. Das ist ein so schreckliches und so böses, irrationales Ereignis, dass sich da also jede Erklärung slash Rechtfertigung in deren Kopf verbietet. Jede Sinnsuche hinter dem Holocaust, also jedes Hinterfragen des Holocaust, wird also zu einem Hohnen. Denn das kann man nun wirklich nicht mehr rechtfertigen und einordnen. Das ist wirklich beyond all measures. Also wenden sie ihre Aufmerksamkeit auf einen anderen Gegenstand. Nicht auf den Holocaust, nicht auf den Faschismus, sondern sie fragen sich, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass in einer rationalen Welt wir an einen Punkt kommen, wo dieses Ereignis rational nicht mehr erklärbar ist. Erklärbar heißt rechtfertigbar ist. Aufgrund des Affronts Auschwitz ist es nicht mehr möglich und es ist auch von da an nicht mehr möglich, dass man irgendwann hinkommt an einen Punkt, wo man sagt, ja, irgendwo findet man doch noch einen Sinn in dieser Welt. Was Adorno und Horkheim also bewegt, ist die These, dass ein faschistischer Totalitarismus, das ist vielleicht die Zusammenfassung des Buches, direkt eigentlich oder zumindest als eine Möglichkeit, folgt aus einer moralisch ungezügelten Aufklärung. Dementsprechend eben die Dialektik der Aufklärung. Die Aufklärung ist was Gutes auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite folgt aus ihr auch, wenn man sie ungezügelt lässt, wenn man ihr nicht die ganze Zeit einen Zügel anlegt und sagt, Sinnsuche ist in Ordnung, aber den Sinn finden, sich wirklich darauf zu besinnen, dass man irgendwie jetzt herausgefunden hat, worum es geht, das ist der Weg zum Totalitarismus. Das ist dann quasi der andere Weg, die Dialektik, die Aufklärung dann eben nehmen kann, wo sie dann quasi selbstzerstörerisch wird und alles die dunkle Seite der Macht quasi zeigt und die drückt sich dann in Auschwitz aus. Wie geht das eigentlich? Das ist so das Kernargument, aber wie geht das eigentlich zusammen? Kommen wir mal zu der Zusammenfassung von diesem Buch. Und da schauen wir uns wirklich ein paar Zitate an. Seitenangaben von den Zitaten gebe ich im Nachhinein, das muss ich jetzt nicht alles noch aufzählen. Das packen wir dann auch in den Blog, dann könnt ihr euch das durchlesen. Erster Satz, das ist wirklich der erste Satz aus dem Begriff der Aufklärung. Seit jeher hat Aufklärung im unfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und die als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt den Zeichen triumphalen Unheils. Das Programm der Aufklärung war die Entzauberung der Welt. Adorno und Horkheimer, manchmal sage ich dann übrigens jetzt in Folge sage ich auch einfach manchmal nur Adorno, aber in diesem Buch sind es immer die beiden. Adorno und Horkheimer sehen also, dass es eine Aufklärung gibt. Für die gibt es die auch schon seit der Antike. Die meinen also nicht irgendwie diesen neuen Prozess seit der Renaissance und so, sondern die meinen wirklich eigentlich den Moment, wo der Mensch mit Aristoteles angefangen hat, zu sagen, ja, diese ganzen Erklärungen von Baumgott und so weiter, der da irgendwie im Baum sitzt und den Baum deswegen wachsen lässt und so. Das bringt doch alles nichts. Erklär doch mal die Welt irgendwie besser. Und ja, also da hat die Aufklärung quasi angefangen und das Ziel her war seit jeher, den Menschen dann irgendwie seine Umgebung zu bemächtigen. Ja, und was meint er dann, was sagen die dann, wenn sie mal, aber was meinen die dann, wenn sie sagen, Furcht nehmen, ja, Furcht, weil man da halt vorher dachte, irgendwie da ist so ein Baumgott drin und der lässt diesen Baum wachsen und grün werden und dann wieder die Blätter fallen und so. Und man weiß nicht so richtig, wie das funktioniert und hat irgendwie Furcht. So, und da schreitet diese Aufklärung voran seit der Antike, aber irgendwas ist dann schiefgegangen, denn, jetzt das Zitat, die vollends aufgeklärte Welt, also die Welt, die quasi all diese unbekannten und furchtbaren Dinge aus ihrem Bewusstsein entfernt hat, die ist kaputt. An der stimmt irgendwas nicht. Die aufgeklärte Welt strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Hier wird also ganz klar, die Aufklärung wird verantwortlich gemacht, denn sie hat die Welt entzaubert. Das wird ordentlich auch so gesagt. Nächster Satz. Auf dem Weg zur neuzeitlichen Wissenschaft leisten die Menschen auf Sinn Verzicht. Hier übrigens kommt der ganze Punkt mit der Sinnfrage rein. Die suchen also nicht mehr nach Sinn, die Menschen. Die sind an einem Punkt angekommen, wo sie sich die Welt erklären. Sinn, also das Hinterfragen, das Legitimieren, vielleicht dieses Religiöse, was auch in der Philosophie steckt, wo man sagt, ja, okay, ist ja schön und gut, Kapital mag so und so funktionieren, aber warum ist das denn alles da? Warum lebe ich denn eigentlich? Warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Für was bin ich auf der Welt? Diese Art von Sinnfrage, die interessiert die Menschen immer weniger. Genauso wie sie immer mehr Abstand nehmen von der Religion, nehmen sie auch immer mehr Abstand von diesen Art von traditionellen philosophischen Fragen. Wieder Zitat. Von nun an soll die Materie endlich ohne Illusion waltender und innerwohnender Kräfte verborgene Eigenschaften beherrscht werden. Was dem Maß von Berechenbarkeit und Nützlichkeit sich nicht fügen will, gilt der Aufklärung als verdächtig. Darf sie sich einmal ungestört von auswendiger Unterdrückung entfalten, so ist kein Halten mehr. Also was ist da die Kritik? Und da ist sofort eine Kritik drinnen auf den ersten paar Seiten. Für die Aufklärung muss alles irgendwie berechenbar sein, Quote on Quote. Da gibt es nichts Heiliges mehr, nichts Spirituelles mehr, nichts Transzendentales mehr. Alles Heilige wird quasi zusammengebrochen. Nichts wird übrig gelassen. Und diese Bewegung hat auch aus irgendeinem Grund, den sie auch da erstmal nicht näher erklären, hat die kein Halten. Die macht sich selbstständig. Man will dann nicht einfach nur stehen bleiben damit, dass ich mir diesen Baum erkläre, sondern ich will mir auch alles andere irgendwie erklären. Und jetzt sagen die auf einer anderen Seite, ihren eigenen Ideen vom Menschenrecht ergeht es dabei nicht anders als den älteren Universalien. Was sind eigentlich diese Universalien, die hier meinen? Also erstmal Menschenrecht halten die hoch. Die finden jetzt das Menschenrecht eigentlich als was Gutes und beklagen jetzt, dass selbst das Menschenrecht, was eigentlich was Gutes ist, was die hochhalten, den gleichen Weg geht wie die alten Universalien. Also mit den alten Universalien meinen sie quasi so diese Weltschlüssel, mit denen sich Leute früher die Welt erklärt haben. Ideologische Weltschlüssel, religiösische, mystische Weltschlüssel, weiß ich nicht, alles ist Äther, alles ist Feuer, alles ist Luft, was auch immer. Oder eben religiöse Sachen. Das macht halt die Aufklärung alles kaputt, weil die halt sagen, nein, das ist Bullshit, das ist nicht alles Äther. Das Problem ist, dass die Aufklärung aber vor den guten Sachen in dieser Welt, nämlich dem Menschenrecht, keinen Halt macht. Da kann man sich auch mal die Frage stellen, das wisst ihr ja hier in dem Kanal vielleicht, naja, ist denn das Menschenrecht was, wovon man Halt machen sollte? Ist denn das Menschenrecht vielleicht wirklich sowas Gutes, was man irgendwie hochhalten sollte oder nicht? Das tun sie aber gar nicht. Das postulieren sie als gut und wenn das angegriffen wird, dann geht es zu weit. Und da sehen die dann auch übrigens schon in dem Angriff auf das Menschenrecht sehen die übrigens auch schon den Charakter des Faschismus. Ja, also nicht nur das, dass da irgendwelche Weltschlüssel kaputt gemacht werden, sondern auch, dass die guten Universalien, also die für Adorno und Horkheimer guten Universalien wie die Menschenrechte, die gehen dabei auch kaputt. Und das führt dann natürlich automatisch zu einem Auschwitz. Weil wenn es keine Menschenrechte mehr gibt, ist klar, dann gibt es Auschwitz. Es ist mit Absicht sarkastisch und ironisch formuliert. Das ist natürlich überhaupt keine Erklärung dafür, warum es Auschwitz gibt. Kurzer Einschub. Man könnte ja, wie gesagt, das habe ich auch gerade schon gesagt, die Richtigkeit und Nützlichkeit der Menschenrechte durchaus hinterfragen. Guckt euch mal dazu Folgen an mit Albert Kröls. Wir haben da zwei Folgen dazu gemacht. Da sollte man nicht auf dem Standpunkt sein, dass die irgendwas Tolles sind. Aber wie gesagt, das ist für Adorno und Horkheimer außer Frage. Sie glauben an einen gesellschaftlichen Fortschritt und für sie sind die Menschenrechte Ausdruck davon, die man nie aufgeben dürfte. Das ist ein Ausdruck von Fortschritt, den darf man nie aufgeben, an dem muss man festhalten. Die sind moralisch heilig, an ihnen muss festgehalten werden. Aber die Aufklärung unterwandert das aus irgendeinem Grund. Und hier wird klar, ja, hier wird eins klar, das hatte ich auch letztens zu Nightmare gesagt, Adorno und Horkheimer, denen wird oft nachgesagt, dass sie sich gegen so eine Fortschrittsideologie wenden, dass sie sich gegen so eine Art Idee wenden, dass die Gesellschaft sich irgendwie progressiv fortschreitet, dass es ein Telos gibt vielleicht, eine Zielgerichtigkeit, Zielgerichtetkeit der menschlichen Entwicklung, dass sich die menschliche Entwicklung irgendwie langfristig auch irgendwie in Richtung etwas Gutes, Gutes bewegt. Und natürlich machen die das auch irgendwie implizit, dass die das kritisieren, diese Idee, dass sie sagen, nee, das kann sich aber auch Richtung Faschismus bewegen, Richtung Auschwitz bewegen. Aber andererseits merkt man an der Stelle schon, naja, trotzdem sehen die auf diesem Weg schon den Fortschritt, sagen, da ist das Menschenrecht halt erreicht, das ist besser als alles, was man vorher hatte, das muss man verteidigen als gegen alles, was danach kommt. Da lassen sie keine Kritik mehr zu. Und die Abweichung davon wird schon festgestellt als, das ist antifortschrittlich. Dass sie also tatsächlich keine Teleologen sind in dem Sinn, im Sinne von, die glauben gar nicht daran, dass es Rückschritte gibt in der Entwicklung, nein, das glauben die schon, dass das möglich ist, aber die beklagen sie. Und deswegen sind sie letztendlich doch Teleologen, also Leute, die an den Fortschritt glauben und den Fortschritt hochhalten. Ja, ich würde sogar sagen, also wenn man das Buch liest, die sind Teleologen vor dem Herrn, die bauen ihre eigene Teleologie in die eigene Teleologie, die die haben, also diesen Fortschrittsglauben, einfach nur noch so ein Failsafe ein, dass es auch zu viel Fortschritt geben kann. Oder einen absoluten Fortschritt, der nicht gut wäre. Die wollen Fortschritt, aber gleichzeitig wollen die alle Leute wahren. Leute, wenn ihr nur noch auf Fortschritt bedacht seid, dann kann das nach hinten losgehen. Da gibt es Ausschritte. So. Nächstes Zitat. An jedem geistigen Widerstand, den sie findet, die Aufklärung, vermehrt sich bloß ihre Stärke. Auf welche Mythen sich der Widerstand immer berufen mag, schon dadurch, dass sie in solchen Gegensatz zu Argumenten werden, bekennen sie sich zum Prinzip der zersetzenden Rationalität. Aufklärung ist totalitär. Ja, das ist alles immer sehr kompliziert geschrieben, vor allem, wenn ich es so vorlese. Aufklärung selbst ist totalitär, weil sie nichts stehen lässt, das sich nicht logisch und wissenschaftlich erklären lässt. Das ist ja auch so. Wenn man da irgendwas sieht, was man sich erklären will und man hat noch keine Erklärung dafür gefunden, dann guckt man sich das halt an, dass man da eine Erklärung für hat und man gibt sich nicht zufrieden mit der Antwort, das ist deswegen, weil da irgendwie ein Baumgott drin sitzt. Jede Religion, jeder Naturglaube, der muss sich also vor der Aufklärung rechtfertigen in dem Sinn. Und allein dadurch, dass die sich rechtfertigen müssen und sagen müssen, ja, ich muss mich jetzt irgendwie erklären als Christentum, muss ich mich irgendwie erklären, warum das Sinn macht, was ich hier sage, allein dadurch, dass sie sich in diese Übung begeben und versuchen, das zu rechtfertigen, da haben sie schon verloren. Weil jetzt bekennen sie sich schon zu diesem Prinzip der zersetzenden Realität, der Rationalität. Die bekennen sich schon dafür, dazu, dass das irgendwie rational erklärbar sein muss, was sie da machen. Und dann haben sie schon verloren und deswegen zersetzt. Man merkt auch immer diese moralisch böse Beschreibung, wenn sie über die Aufklärung negativ, die haben ja eine Dialektik der Aufklärung, deswegen reden sie sowohl freundlich als auch böse über sie. Aber wenn sie böse über sie reden, haben sie immer diese zersetzenden und zerstörenden Adverbien hinten dran. Der Mythos geht in die Aufklärung über und die Natur in bloße Objektivität. Da muss man auch fragen, was denn sonst? Was ist denn da noch? Die Menschen bezahlen die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung vor dem, worüber sie Macht ausüben? Also, die Aufklärung lässt nur noch Objektive stehen, also Dinge, die man beweisen und wissenschaftlich bestimmen kann. Darum geht es denen. Nichts Magisches mehr, nichts Heiliges mehr wird übrig gelassen. Jeder, der irgendwie ankommt, sagt, ja, aber ich weiß, ich kann dich irgendwie heilen, mit Hand auflegen. Dann wird das halt wissenschaftlich untersucht und wird geguckt, kannst du es wirklich? Und wenn nicht, dann wirst du halt als Scharlatan abgetan. Punkt. So, das ist die Wissenschaft. Dadurch aber, weil der Mensch dann nichts mehr Heiliges an den Dingen sieht, also nicht mehr zulässt, dass der Typ irgendwie mit seinem Hand auflegen vielleicht mich doch heilen kann. Dadurch soll er sich von dem dann entfremden. Er ist also irgendwie nicht mehr dem nahe, was Natur ist, was er ist, sondern er sieht alles nur noch als bloßes Mittel. Nächstes Zitat. Die Aufklärung verhält sich zu den Dingen wie dem Diktator zu dem Menschen. Er kennt sie, insofern er sie manipulieren kann. Das sind alles Mittel. Der Mann der Wissenschaft kennt die Dinge, insofern er sie machen kann. Dadurch wird er an sich für ihn. In der Verwandlung enthüllt sich das Wesen der Dinge als jederselbe, als Substrat von Herrschaft. Also, und hier ist der Kernpunkt. Wissen über Dinge ist Herrschaft. sich das Wesen einer Sache zu eigen machen und nicht mehr stehen zu lassen, also nicht stehen zu lassen, dass der Typ irgendwie mit Hand auflegen und doch jemanden heilt. Das ist Herrschaft. Also, was unerklärlich ist, nicht mehr eigentlich stehen zu lassen, sondern zu sagen, okay, ich erkläre mir das jetzt. Das tut dem Ding schon Gewalt an. Und zwar so, wie der Diktator seinen Herrschaftsobjekten Gewalt an tut. Das will der Diktator seine Leute auch noch richtig verstehen und ist deswegen Gewalt erledigt. Diese Identität konstituiert die Einheit der Natur. Die Weltherrschaft über die Natur wendet sich gegen das denkende Subjekt selbst. Nichts von ihm wird übrig gelassen, als eben jenes ewig gleiche. Ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können. Sorry, entschuldige. Als eben jenes ewig gleiche. Ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können. Subjekt und Objekt werden beide nichtig. Die Gleichung von Geist und Welt geht am Ende auf, aber nur so, dass ihre beiden Seiten gegeneinander gekürzt werden. Auch ganz wichtiges, ganz berühmtes Zitat, wird auch ganz oft auch zitiert übrigens. Aber mit dieser Reduktion auf die sogenannte Identität, also auf den bestimmten Begriff, der nichts Metaphysisches, nichts Unerklärliches mehr übrig lässt, also alles erklärt man sich irgendwie, der nur noch die Sache als Mittel seiner Herrschaft sieht, dadurch verliert der Mensch also was für sich selbst tatsächlich. Er glaubt nicht mehr an irgendwas Höheres. Er weiß nur noch die Sachen, die er auch sieht, die er versteht und alles andere existiert für ihn gar nicht. Es gibt jetzt keinen Gott mehr, wenn er sich den nicht erklären kann. Und alles, was er noch nicht versteht, ist auch potenziell nur Objekt für sein Begreifen. Also alles, was er sieht, aber noch nicht sich erklären kann, das guckt er sich dann halt so lange, dass er sich erklären kann. Das betrifft übrigens dann auch sich selbst. Und auch an sich selbst als Objekt, als Mensch, da lässt er kein metaphysisches Haar mehr dran und das beklagen, Adorno und Haukeimer. Nächstes Zitat, in der Redaktion des Denkens auf mathematische Apparatur. absoluter Bullshit übrigens, dass das alles irgendwie mathematische Apparatur ist. Ist ja schön und gut, dass man irgendwie in der Mathe oder in der Physik dann auch mal mit Formeln arbeiten muss und so. Aber in den Sozialwissenschaften, da wird hin und her theoretisiert und da nutzt niemand irgendwelche Formeln. Und auch der Karl Marx hat jetzt, um den Wert zu erklären, nicht irgendwelche Formeln hingeschrieben. Das ist einfach ein Quatsch. Aber da steckt auch schon die Kritik für die drin, dass das Denken irgendwie mathematisiert wird, alles irgendwie nur so kalte, unmenschliche Zahlen werden und so. Das ist wirklich, wenn man da mal drauf eingeht, wie die, was für eine Aversion, die gegen Mathe haben, ist das richtig peinlich. Es ist richtig fremdschämen, peinlich, wie die einfach gar keine Ahnung haben am Ende wahrscheinlich von Mathe und überhaupt von Wissenschaft an sich. In der Reduktion des Denkens auf mathematische Apparatur ist die Sanktion der Welt als ihren eigenen, Maßes beschlossen. Sorry, diese Sätze sind auch nicht leicht. In der Reduktion des Denkens auf mathematische Apparatur ist die Sanktion der Welt als ihres eigenen Maßes beschlossen, was als Triumph subjektiver Rationalität erscheint. Die Unterwerfung alles Seinden unter den logischen Formalismus wird mit der gehorsamen Unterordnung der Vernunft und das unmittelbare Vorfindliche erkauft. Hier wieder so ein Spruch, der jeder zweite, dritte irgendwie Adorno-Fan zitieren kann. Das Tatsächliche behält Recht. Die Erkenntnis beschränkt sich auf seine Wiederholung. Der Gedanke macht sich zur bloßen Tautologie. Also, die Welt, alles wird reduziert auf die mathematische Apparatur. Wer kennt das nicht? Das ist ja natürlich so. Wir erklären alles mit Mathe. Sure. Demokratie mit Mathe, bitte. Das ist natürlich jetzt mega fies, aber die haben auch wirklich nichts gemeinsam. Ich muss gerade so, weil wenn man das so rausreißt, so einzelne Worte, dann ist das so ein, ich sag's mal hart, Nonsens zum Teil, dass man schon sagen muss, es ist wie Ayn Rand mit Existence exists. Und du bist so, ja, whatevs. Ich kenne Ayn Rand nicht gut genug, dass ich mich da aufs Fenster lehne. So, die Welt wird also reduziert auf mathematische Apparatur. Alles, was nicht durch diese Apparatur, also durch diese mathematische Rationalität erfasst werden kann, das geht verloren. Und da sollen Tränen drüber vergossen werden. Die Vernunft, übrigens bei Horkheimer, wenn der Vernunft sagt, dann meint er nicht einfach nur logische Korrektheit oder vielleicht einen Abgleich der Erkenntnis des Gegenstandes mit meinem Interesse oder so. Das ist nicht das, was die meinen, wenn die Vernunft sagen, sondern die meinen immer eine höher geltende moralische Richtigkeit der Welt. Etwas, was hinter, hinter eigentlich dieser Welt stehen sollte, ein großes Ganzes, was dem Ganzen irgendwie einen Sinn gibt. Das ist das, was die meinen, wenn die Vernunft sagt. Die Vernunft bei Adorno und Horkheimer also, dass das, was die moralische Richtigkeit der Welt zu bestimmen hat, die ordnet sich jetzt in dieser aufklärerischen Welt unter, unter das nur, nur in Anführungsstrichen unmittelbar vorfindliche. Und jetzt, der Schluss, damit schlägt Aufklärung in die Mythologie zurück, der sie nie entrinnen wusste. In der Prägnanz des mythischen Bildes wie in der Klarheit der wissenschaftlichen Formel wird die Ewigkeit des Tatsächlichen bestätigt und das glose Dasein als der Sinn ausgesprochen, den es versperrt. Ja, was heißt das jetzt wieder? Die Wissenschaft, die einst die Mythologie und die Irrationalität, also diese komischen Glauben, die Leute hatten, auflösen wollte, durch den Vollzug der Aufklärung an all diesen Gegenständen kehrt sie dann selbst zur Irrationalität zurück, nämlich indem sie gar nichts mehr gelten lässt, dass ich nicht unter diesen reduktiven, das ist in deren Sprech reduktiven wissenschaftlichen Duktus und diese wissenschaftlichen Formeln irgendwie ausdrücken lässt. Alles, was sich nicht mehr darin ausdrücken lässt, in Mathe ausdrücken lässt, all das gilt für die nicht mehr und das ist dann ein Irrationalismus und damit versperrt die Aufklärung auch etwas, nämlich die Suche nach einem Sinn von allem. Ja, wie soll das dann auch gehen? Wie soll ich einen Sinn von allem irgendwie in so eine Form bestecken? Klar. Indem sie das erkennen, das aufklärerisches Erfassen der Welt an die Stelle tritt, wo eigentlich der Sinn der Welt stehen sollte. Ja, mit diesem Faktum belegen sie eigentlich schon das, was sie aufregt. Die philosophische Sinnsuche, die Metaphysik, die wird von der Wissenschaft nämlich als Unsinn entlarvt und gerade dadurch nimmt sie die Sitzposition für den Sinn ein. Das, was heutzutage die Leute, ja, man kann ja auch sagen, vielleicht gibt es auch Leute, die irgendwie versuchen dann ihren Sinn zu finden anhand der Wissenschaft und sagen, ja, die Wissenschaft ist das, was mir meinen Lebenssinn gibt oder so. Mag ja sein, das ist allerdings durchaus ein irrationales Unterfangen, denn das ist gar nicht, ganz und gar nicht der Zweck der Wissenschaft, eine Ersatzreligion zu sein. Für die wird Wissenschaft zu einer Ersatzreligion. Aus dieser Reduktion, dem Stiften von Identität, also dem sich einverleibende Dinge, dadurch, dass man sie versteht, aus diesem folgt dann, wenn es nicht gezügelt wird, folgt dann Auschwitz und das sagen die ganz explizit, das ist jetzt aus negative Dialektik. Auschwitz bestätigt das Philosophie von der reinen Identität als dem Tod. Der Völkermord ist die absolute Integration. Alles sehr abstrakt, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, ich erkläre das auch noch gleich nochmal ein bisschen mehr. Nach der Judenvernichtung Ereignissen, welche die Konstruktion eines Sinns der Emanenz, der von affirmativ gesetzter Transzendenz ausstrahlt, zum hohen Verurteilen ist die Fähigkeit zur Metaphysik gelähmt. Nach der Judenvernichtung, also einem Ereignis, welche die Konstruktion eines Sinns der Emanenz, was ist der Sinn der Emanenz? Ja, ein Sinn dieser Realität. Etwas, was irgendwie uns einen Sinn gibt, wo man sagt, okay, irgendwie, selbst wenn es uns noch so schlimm geht, irgendwie macht das Ganze doch noch Sinn. Also Emanenz ist quasi das, was man heutzutage als Realität wahrnimmt. Der von affirmativ gesetzter Transzendenz ausstrahlt. Also ein Sinn, den man sich auch noch positiv hinwenden kann, wo man sagen kann, ja, das findet man gut. Das ist eine Transzendenz, ich verstehe es zwar nicht ganz, aber ich affirmiere das, ich finde das in Ordnung und dem schließe ich mich an. Das wird jetzt verhöhnt. Das wird zum Hohen verurteilt, wie Sie sagen, weil es Auschwitz gibt. Und deswegen ist die Fähigkeit zur Metaphysik gelähmt. Die Sinnfrage ist gelähmt. Auschwitz ist also sowohl Folge als auch Beweis dessen, dass alles auf die reine Emanenz, also auf die wissenschaftliche Bestimmbarkeit reduziert wurde. Dass keine affirmativ gesetzte Transzendenz, in Anführungsstrichen, mehr für unsere Emanenz, in Anführungsstrichen, möglich ist. Was heißt das? Das bedeutet, dass jene Gedankensysteme, die in der voraufklärerischen Welt üblich waren, die noch Transzendenz, Mystik, Mythos erlaubten, die etwas Höheres sahen, als nur das, was der Mensch auch entdeckte und verstehen kann, die also moralischen Halt und Vernunft und Sinn stifteten, die sind nun nicht mehr möglich. Einerseits also ist Auschwitz Folge der Aufklärung, denn es ist der Beweis dafür, dass keine Sinnfrage mehr gestellt wurde. Das ist also pure Irrationalität, basierend auf Volk, Nation und so weiter. Andererseits ist sie auch, ja, ich breche den mal ab. Andererseits macht Auschwitz auch im Nachhinein die Frage nach dem Sinn, also nach Auschwitz, die Frage nach dem Sinn unmöglich, in dem Sinn, dass sie die Frage nach dem Sinn eigentlich lächerlich macht, denn an so etwas Barbarisches wie Auschwitz und seinen Gründen einen Sinn zu finden, das verbietet sich. Und wenn es dann dieses eine Element gibt in der Geschichte, wo man da keinen Sinn mehr finden kann, ja, was ist denn das dann für ein Sinn? Also, was ist die Konsequenz von denen? Man muss wieder zurück. Nicht zurück hinter die Aufklärung. Nee, nee, Aufklärung finden die gut. Das finden die gut und richtig. Also das ist auch ganz klar, das ist nicht irgendwie so ein Luditenpunkt von wegen zurück zu den Religionen oder so. Ganz im Gegenteil. Die finden das gut und die finden das richtig. Aber zurück zu einer Haltung zu Natur und Mensch, die Transzendenz und Sinnsuche auch irgendwie wieder erlaubt. Ich lese mal hier ein Stück vor aus Dialektik der Aufklärung seit 1848. 1848. Schuld ist ein gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Der mythische wissenschaftliche Respekt der Völker vor den Gegebenen, das jedoch immer zu schaffen, wird schließlich selbst zur positiven Tatsache, zur Zwingburg, der gegenüber noch die revolutionäre Fantasie sich als Utopismus vor sich selbst schämt und zum fügsamen Vertrauen auf die objektive Tendenz der Geschichte entartet. Wer mir hier folgen kann, der ist es gilt. Als Organ solcher Anpassung, als bloße Konstruktion von Mitteln ist die Aufklärung so destruktiv, wie ihre romantischen Feinde es ihr nachsagen. Sie kommt erst zu sich selbst, wenn sie dem letzten Einverständnis mit diesem absagt und das falsche Absolute, das Prinzip der blinden Herrschaft aufzuheben wagt. Anderes Zitat aus negativer Dialektik. Der Blick, der deutend am Phänomen, mehr gewahrt, als es bloß ist und einzig dadurch, was es ist, säkularisiert die Metaphysik. Nochmal, der Blick, der deutend am Phänomen mehr gewahrt, als es bloß ist und einzig dadurch, was es ist, säkularisiert die Metaphysik. Also man soll immer, wenn man auf solche Sachen schaut, auf irgendeine Sache schaut, immer schon sagen, ja, ich kann mir das erklären, aber ich muss immer gleichzeitig auch wissen, dass da immer noch mehr ist, als was ich mir erklären kann. Man muss an dem betrachteten Objekt immer mehr sehen, als man sieht, sich immer wieder zu Geist rufen, dass da mehr ist, als man rational fassen kann. Nächstes Zitat aus ND, aus einer negativer Dialektik. nur am Widerspruch des Seinen zu dem, was es zu Sein behauptet, lässt Wesen sich erkennen. Also, das Behauptete, als das, was man glaubt, an einem Ding zu erkennen, muss immer als Widerspruch zum wirklichen Seinden, also dem Ding an sich erkannt werden. Es hat da also immer noch irgendwas, eine reine Objektivität, die über, also, es hat da immer noch irgendwas, was über die reine Objektivität über diesen Gegenstand hinausgeht. Also, irgendwas, was nicht erkennbar ist mit der Rationalität. Ganz explizit wird es hier nächstes Zitat, negative Dialektik, der versöhnte Zustand, annektierte nicht mit philosophischem Imperialismus, auch wieder hier moralisch aufgeladen und auch gleichzeitig immer noch dieses ökonomische mit der Anlehnung an die marxistische Kritik, aber dann doch irgendwie alles bastardisiert und völlig anders, weil philosophischer Imperialismus, was sollte schon sein, Naja, das ist halt die Philosophie, die alles, also die Aufklärung, die alles irgendwie auffressen will. Der versöhnte Zustand annektierte nicht mit philosophischem Imperialismus das Fremde, sondern hätte sein Glück daran, dass es in der gewährten Nähe das Ferne und das Verschiedene bleibt, jenseits des Heterogenen wie des Eigenen. Die wollen also einen versöhnten Zustand, und das ist übrigens ein wichtiger Begriff, der Versöhnungsbegriff. Versöhnt bedeutet für die, dass man nicht nur böse und imperialistisch sich den fremden Sachen irgendwie, dass man sich die irgendwie zu eigen macht, also nicht nur sie irgendwie benutzen will, um Wissen und Begriff zu erzeugen, sondern immer gleichzeitig auch noch einen gewissen Abstand zu denen war, nie das ganze Glaub begriffen zu haben, immer sich damit zufrieden gibt, dass da noch mehr ist, als man begreifen kann. Zitat, Aufklärung vollendet sich und hebt sich auf, wenn die nächsten praktischen Zwecke als das erlangte Fernse sich enthüllen und die Länder, von denen die Kundschafter und Zuträger keine Nachricht bringen, nämlich die von der herrschaftlichen Wissenschaft verkannte Natur, als dieses Ursprungs erinnert werden. Fantastisch geschrieben, aber im Endeffekt heißt das, Aufklärung ist also dann gut und richtig und verfällt nicht auf ihre dunkle Seite, wenn man bei jedem Erkennen und jedem Bestimmen von irgendeinem Begriff immer gedanklich gewahrt, dass es noch irgendwas Transzendentes dahinter gibt. Eine der menschlichen Erfahrungen sich entziehen in Realität, die eben Ursprung dieser Natur ist. Aufklärung ist also dann gut und richtig, wenn sie versucht, die Welt zu erklären, die wollen also Aufklärung, aber gleichzeitig immer das Unerklärliche, das Unergründbare als heilig hoch hält. Das ist mehr als nur so epistemologische Bescheidenheit, also diese Art, diese Idee von, es gibt kein objektives Wissen, das ist noch mehr. Hier wird nicht einfach nur gesagt, dass man einen offenen Geist braucht zum Beispiel. Es gibt ja so Leute, die sagen, sei doch mal ein bisschen bescheiden, sei dir mal nicht so sicher, dass du immer recht hast, hör doch mal anderen zu, geh doch mal auf die Argumente von anderen Leuten ein, du bist immer so stur und so. Das ist nicht das, was die sagen. Nein, die sagen, Aufklärung soll wirklich dieser Widerspruch sein. Nämlich Aufklärung betreiben, aber eigentlich immer in dem Wissen, dass das gar nicht geht. Oder vielleicht philosophisch ausgedrückt, so wie die das vielleicht sagen würden, die Suche nach dem Sinn der Welt, die halten die hoch, aber das Finden eines Sinns, das wollen die unterbinden. Ich habe jetzt schon viel Kritik da einfließen lassen, aber gehen wir mal ein bisschen drauf ein. Jetzt habt ihr schon lange darüber geredet und wir fangen ja an mit dem Faschismus und so und sagen, das ist eine Faschismuserklärung, wir haben jetzt nicht ein einziges Mal über Faschismus geredet und das ist ja auch so, wie gesagt, die selber sagen ja gar nicht, dass das eine Bestimmung des Faschismus sein soll. Insofern soll man das vielleicht denen nicht vorhalten, aber es gibt unheimlich viele Linke, die darauf schwören, dass man da viel über den Faschismus lernen kann und da will ich auch noch mal einfach das wiederholen. Wer wissen will, was der Faschismus ist, der liegt hier völlig falsch. Adorno und Horkheimer, die wirbeln mit so abstrakten Kategorien durch die Gegend und erklären damit überhaupt nichts Konkretes. So ist es auch kein Wunder, dass sie aus ihrer Dialektik der Aufklärung den Totalitarismus der Faschisten gleichsetzen mit dem Totalitarismus der Realsozialisten. Machen sie wirklich. Für die ist das das Gleiche, weil die kommen halt von dem Punkt, die sagen, die Aufklärung folgt irgendwie, aus der Aufklärung folgt irgendwie dieser Totalitarismus, ja, und dann muss halt Realsozialismus auch inhaltlich eigentlich die inhaltlichen Unterschiede zum Faschismus. Egal, folgt alles aus der Aufklärung. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, ganz kurz, also das finde ich wirklich mal einen wesentlichen Punkt, dass man an der Stelle, ich habe mir den nochmal aufgeschrieben, nochmal festhält, also es mag ja sein, dass es bei Akademikern an der Uni dieses Urteil gibt, dass dieses Buch da einen Beitrag zu geleistet hat, eine Faschismustheorie oder irgendwas darüber zu leisten und da würde ich auch wirklich sagen, alles, was du jetzt beigetragen hast über Aufklärung, über Dialektik, über Sinnsuche, über Metaphysik und so weiter, da merkt man schon, dass das wirklich bei was ganz anderem ist als das, was der Faschismus ist. Also es lohnt sich vielleicht, wenn man an der Uni ist und man hat da Befürworter von Adorno und Horkheimer, sich diesen Zündfunk anzugucken, dieses Buch zu lesen, meinetwegen auch nochmal einen Vortrag von Peter Decker dazu zu hören oder so gibt es ja zur kritischen Theorie. Aber also eine Leistung zur Faschismusdefinition, zum Begriff davon ist das ganz sicher nicht, ob die es leisten wollten, ich meine, irgendwie schon, meine ich so. Ja, schon, schon. Die wollten da schon. Sie wollten erklären, wie es passieren kann. Genau, die wollten da was, die wollten da schon und sie sind dann auf der Basis der Philosophie meinetwegen fündig geworden. Aber wenn man erstmal das, was man hier alles gehört hat, da hat man nichts dazu. Und deswegen, also wenn man sich ernsthaft mit dem Begriff auseinandersetzen will und seine Zeit mäßig bestückt ist, dann würde ich auch echt nicht dazu raten, sich damit zu befassen, weil das ist dann wirklich Zeitverschwendung, weil da wälzt man ganz andere Begriffe. Metaphysik ist wirklich so ein wesentliches Stichwort bei diesem Buch. auch bei den Elementen des Antisemitismus, da geht es wirklich, da geht es nicht um den Inhalt. Den Inhalt davon. Da werden wirklich Fragen, wie konnte es dazu kommen und was hat es mit der Philosophie und der Metaphysik und so weiter zu tun. Aber das ist, da kommt man da nicht weit. Es ist wirklich nur, es ist wirklich ein akademisches Milieu, was meint dieses Zeug interessant zu finden. Wenn man sich mit dem Streit will, muss man sich das hier gerne angucken und sollte man sich das auch angucken, weil da kann man auch einen Streit herumführen und kann gegebenenfalls auch dazu kommen, was ist denn Wissenschaft und wozu taugt sie eigentlich und warum ist es eigentlich gut, Aufklärung zu betreiben und warum ist es überhaupt nicht eine Notwendigkeit, die in ihr steckt, die zum Faschismus irgendwie kommt. Dann kann man das machen, aber dann soll man sich die Mühe machen, aber sonst würde ich halt sagen, nein, taugt das nichts. Er wird ganz lustig, auch wie er seine eigenen Begriffe von Aufklärung und so weiter völlig über den Haufen wirft, wenn er einfach mal pragmatisch redet in diesem neueren Buch. Das ist auch eine alte Rede, die er hält, ein alter Vortrag, den er hält in der Uni in Wien, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Da redet er ganz pragmatisch darüber, was er meint, was die Hintergründe sind von so einem Rechtsradikalismus und da merkt man dann auch, wie sehr der einfach dran ist an so klassischen bürgerlichen Erklärungen darüber, was der Faschismus eigentlich ist. Aber dazu kommen wir gleich, wenn ich damit fange. Ich möchte ganz kurz, ganz kurz trotzdem noch mal eine minimale, minimale Intermezzo, und zwar, also erstens, wir können zusammenfassen darüber, dass, das ist jetzt ein bisschen arrogant, aber abseits von dem, was wir in unserem Zornfunk Faschismus 1 und 2 präsentiert haben, alles, was uns im breiteren Umfeld linker Theorie entgegenweht weht an Faschismusbestimmungen, ist immer nur eine Bestimmung der Bedingungen des Faschismus. Noch kein einziges Werk, was wir, was wir auch im Rahmen der Vorrecherche zu Faschismus falsch erklärt, angeguckt haben, beschäftigt sich mit dem Faschismus. Sie tanzen alle um den Faschismus herum. Auch Adorno tut das gerade. Und das ist jetzt eine ganz absichtliche, maximale Verkürzung, die bewusst auch ein bisschen falsch ist, aber im Grunde ist die Dialektik der Aufklärung nichts anderes als eine seitenlange Rechtfertigung einer moralistischen, metaphysischen Demut. Es geht nur darum, sei dir bewusst, dass du nicht alles weißt, hab Respekt vor irgendeiner Göttlichkeit, die allem innewohnt, die du nicht erklären kannst und sei nett zu anderen Leuten. Am Ende des Tages, rein harte Inhalte, kommt da nichts anderes bei rum. Gehen wir mal in die Kritik. Also die erste Kritik ist, Faschismusbegriff, nicht da. Also wenn ihr da sucht, dann geht nicht in dieses Buch. Das ist die erste. Aber jetzt kann man auch mal das dafür stehen lassen, für was es ist. Die wollen jetzt hier eine abstrakte Abhandlung über die Bedingungen, meinetwegen eine philosophische Abhandlung über die Bedingungen des Faschismus machen oder von Auschwitz vielleicht. Die sagen ja gar nicht der Faschismus, sondern die sagen Auschwitz. Manchmal sagen die Totalitarismus oder Nationalsozialismus. Die sind sich da in ihren eigenen Begriffen auch schlichtweg nicht sicher. Ja, ja, das ist auch alles dann, das ist ja dann der Realsozialismus, ist ja für die dann auch wirklich das Gleiche. Also, auch diese abstrakte philosophische Abhandlung ist natürlich einfach ein großer, großer Unsinn. Und für die Irrigkeit dieser Gedanken, für die will ich jetzt mal ein paar Argumente bringen. Die erste Gleichung, die die nämlich machen, da hat Daniel auch vorhin so gelächelt. Denken, Wissen, Gleichgewalt. Ja, einer der Grundfehler, die die machen, ist die Idee, dass Denken oder eben die Aneignung von Wissen, dass die Gleichgewalt sei. Nein, mit der Subsumierung einer Sache unter einen Begriff, unter etwas, was sich für den Menschen fassen lässt, mit dem man das Wesen eines Dings begreifen kann oder vielleicht jemand anderem erklären kann. Mit dem würde schon dem Ding Gewalt angetan. Das ist einer der Kernpunkte der kritischen Theorie und auch in diesem Buch. Die besonderen Qualitäten, die dieses Ding nämlich hat, die würden ausgemerzt werden, wenn man die nur noch unter diese Abstraktion des Begriffs stellt. Nur noch dieser Begriff bleibt dann stehen und alles, was das magisch gemacht hat, das geht verloren. Und wichtig, und das sagen die wirklich ganz klar, die sagen ganz klar, auch in diesem Buch gibt es einige Stellen dazu, wo die sagen, die Qualitäten des Objekts, die werden tatsächlich ausgemerzt. Also die Abstraktion, die eigentlich nur im Kopf stattfindet, die begriffliche Erklärung einer Sache, die wirklich nur hier drin stattfindet. Ja, das ist nun mal, Abstraktion ist nun mal die Definition von Denken. Die tut tatsächlich dem Objekt eine Gewalt an. Also einem Objekt, was außerhalb von meinem Kopf existiert. Die erfährt jetzt Gewalt dadurch, weil man es in ein System zwängt. Und die kritische Theorie, die denkt solche Systeme von vornherein, also als totalen Zugriff des Denkens auf das Objekt, als einen Inbegriff der Gewalt. Negative Dialektik nochmal. Die Ratio, die, um als System sich durchzusetzen, virtuell alle qualitativen Bestimmungen ausmerzte, auf welche sie sich bezog. Die qualitativen Bestimmungen, da waren diese qualitativen, diese tollen Bestimmungen dieses Objekts, die man alle ausmerzte, die man alle wegstreicht, um seine Abstraktion hinzubekommen, nämlich den Begriff, geriet in unversöhnlichen Widerspruch zu der Objektivität, welcher sie Gewalt antat. Also dem Ding selbst, dem objektiven Ding selbst, wird Gewalt angetan, indem es sie zu begreifen vorgab. Und bildlich gesprochen, so wie sie das dann halt auch oft tun, die sprechen auch immer so bildlich, läuft das so ab. Der Gegenstand, der weicht eigentlich immer vor dem Nachdenkenden irgendwie zurück. Der sagt so, nein, lass mich mal, lass mich mal, geht immer weiter zurück irgendwie. Das Denken, das will aber immer alles und kommt dann immer hinterher und jagt dem ewig unschuldigen, jungen, fräulichen Gegenstand nach, um seine Qualitäten auszumerzen. Wirklich, ja, quasi so eine ständig versuchte irgendwie Vergewaltigung, die aber auch nie so richtig gelingt, weil das Objekt sich dem wissenschaftlichen Übeltäter stets irgendwie entzieht. Hier drin übrigens, da steckt auch ein falsches, anderes falsches Mantra der kritischen Theorie, nämlich, dass objektive Erkenntnis an sich eine Unmöglichkeit sei. Ich weiß, dass ich nichts weiß und dieser ganze Kram, dieser Kantschefehler, der schon von Hegel widerlegt wurde, den finden die alle ganz toll, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Das Denken, so etwas Ähnliches wäre wie Stalinismus oder KZ, das suggerieren die auch nicht nur, das sagen die wirklich selbst. Also das kommt nicht nur in diesem suggerierten Vokabular, wenn die sagen, ausmerzen, nee, die meinen das wirklich. Und man fragt sich doch wirklich, wie das gehen soll. Man fragt sich, wie das gehen soll. Nicht mal eine falsche Wissenschaft, also nicht mal, wenn ich mir eine Sache falsch erkläre, wie zum Beispiel viele bürgerliche Wissenschaften sich den Kapitalismus falsch erklären oder so, oder die Gesellschaft falsch erklären, nicht mal die merzt die Qualität eines Objekts wirklich aus. Der Kapitalismus steht trotzdem noch. Die bestimmen halt die Gegenstände einfach falsch und die merzen gar nichts aus. Denken macht sich mit seinem Gegenstand erstmal überhaupt gar nichts. Es schadet ihm nicht und tut ihm auch nicht gut. Auch Wissen tut dem Gegenstand erstmal gar nichts. Ja, alles, was irgendwie erfahrbar ist, das eignet sich der Geist an für die eigene Erkenntnis, aber der Gegenstand, der merkt davon gar nichts. Schon gar nicht nimmt es den Gegenstand irgendwas weg oder so. Es mag ja sein, dass es so ist, wenn man sich da irgendwas Falsches denkt über einen Gegenstand, wenn man den nicht wirklich begrifflich zu fassen bekommt, dass das was Schlechtes ist oder so. Ja, aber selbst das kümmert den Gegenstand nicht. Das interessiert mich. Schön wär's ja, muss man ja andersrum sagen. Schön wär's doch, wenn man mit der Erklärung des Kapitals schon den Kapitalismus praktisch irgendwie in Frage gestellt hätte, schon den Kapitalismus irgendwie Schaden angerichtet hätte, schon den Kapitalismus irgendwie in seiner Qualität eingeschränkt hätte. Das wär doch geil. Na super, dann müssen wir doch wirklich nur erklären. Ja, aber wir Antikapitalisten, Kommunisten wissen, aber ja, so leicht ist es leider nicht. noch viel schlimmer. Es ist ja, es geht ja, also man kann ja sogar noch weitergehen, an dem Kapitalbeispiel macht man das so gut. Das Wissen über das Kapital, das erlaubt einem ja noch nicht mal irgendwie ein besserer Kapitalist zu sein, dem System irgendwie seinen Herrschaftswillen aufzuzwängen. Also selbst wenn ich jetzt Marx gelesen habe und von innen nach außen verstehe, kann ich nicht dieses Wissen benutzen, um jetzt Elon Musk zu werden, Multibillionär, äh Milliardär zu werden. Das geht einfach nicht. Mein Herrschaftswillen kann ich dem System nicht aufzwängen, nur weil ich weiß, wie dieses System funktioniert. Also nicht mal die Möglichkeit der Gewaltausübung, also die Fähigkeiten einer praktischen Ermächtigung, selbst wenn ich das wollte, wenn ich Gewalt ausüben will, nicht mal die wird mir gegeben, dadurch, dass ich die Sache verstehe. Nicht notwendig. Ja, aber so manchen technischen Sachen mag das sein, ne, wenn ich verstehen will, äh, weiß ich nicht, wie man, äh, die Erdanktionskraft benutzt und so weiter, ja, dann rechne ich mir das halt aus und dann kann ich damit was machen. Dann kann ich ein Pendel erzeugen und so. Okay, aber bei vielen anderen Sachen, wie Kapitalismus, als das Beispiel zum Beispiel, funktioniert das gar nicht. Also Adorn und Haukeimer, die dichten dem Denken, dem theoretischen, der theoretischen Begriffs, äh, Leistung, die, 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 die dichten die eine praktische Leistung an, die das gar nicht hat. und im Grunde vermischen die damit immer, und zwar durch das ganze Buch, das hört man auch ständig, vermischen die dadurch immer theoretisch und praktisch. Die können das nicht trennen. Für die ist das irgendwie eins. Als theoretischer Vorgang kann sich aber das Denken nicht am Objekt wirklich vergreifen. Das funktioniert nicht. Dieses ganze Getue über eine vermeintliche Gewalt, die ein denkendes Subjekt an seinem Objekt ausrichtet hat, hat dann natürlich auch eine reaktionäre und antivissenschaftliche Seite. Und das ist das, was wir ja gerade meinten mit diesem Versöhnungszustand. Man soll irgendwie dann doch noch Partei ergreifen für das Objekt. So eine alberne, kindliche Liebe für das Objekt halten und immer wieder betonen, der vollständig denkende Zugriff auf das Objekt, der ist Gewalt. Also die Idee, dass man wirklich an dem Objekt alles begriffen hat, das wäre irgendwie was Böses. Ja, und dadurch kommt man eben zu dieser Idee des versöhnten Zustands. Zitat, der versöhnte Zustand annektierte nicht mit philosophischem Imperialismus das Fremde, sondern hätte sein Glück daran, dass in der gewährten Nähe das Ferne und Verschiedene bleibt, jenseits des Heterogenen wie des Eigenen. Wir machen also hier gleich zwei Fehler. Einerseits überschätzen sie die Wissenschaft gewaltig, wenn sie sagen, ja, Wissenschaft an sich übt schon Gewalt aus. Wir überschätzen die Wissenschaft als eine gewalttätige Annexion eigentlich von Gegenständen. Und das stimmt selbst da nicht, wo Wissenschaftler und Philosophen offen Herrschaft verteidigen. Gibt es ja auch bei uns in unserer Gesellschaft. Die bürgerlichen Wissenschaften sind ja eigentlich dazu da, den Kapitalismus und den Imperialismus langfristig zu legitimieren und zu verteidigen. Und selbst da stimmt das nicht. Andererseits hegen die ein naives Ideal der Ehrfurcht vor der Natur, also so einer Liebe welches eigentlich vom Denken verlangt, sich an einem bestimmten Punkt zumindest irgendwie selbst aufzugeben. Man soll an irgendeinem Punkt fünfe gerade sein lassen, wie du immer sagst. Also auf Erkenntnis verzichten und das Objekt stehen lassen und sich zu ihm nahe fühlen. Irgendwie seine Wärme spülen. Nein, fünfe gerade sein lassen, wie du immer sagst. Ich wollte gerade sagen. Man soll sich damit abfinden, dass immer manche unbestimmte Dinge an dem Ding undurchschaubar sind und bleiben und sie damit auch authentisch belassen, wie sie sind. Nächster falscher Punkt. Basiert doch alles auf dem Ding. Wissen, Macht, Auschwitz möglich. Das steckt da ja auch drin in dieser Argumentation. Sagen wir das mal ganz folgär. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Und Macht kann für Böses benutzt werden. Ja gut. Haben wir doch gerade schon ein Beispiel gezeigt. Wissen ist überhaupt nicht Macht. Beispiel Marxisten. Ich hasse das so sehr. Beispiel Nuklearphysik. Die Atombombe, die folgt nicht aus dem Wissen über die Atome, sondern aus den politischen Zwecken der Staaten, die halt das Wissen über die Atome für ihre Zwecke benutzen. Die wollten halt diese Atombombe werfen. Und übrigens, die fanden damals auch, selbst ein Einstein-Wissenschaftler fand damals die Atombombe was Gutes. Er sagt, guck mal, die Nazis haben das bald, mach das mal schneller. Also, das sagt sich dann auch immer so schnell. Ja, Atombombe ist so kacke und so weiter. Auch die Idee, dass durch Wissen überhaupt etwas so Schreckliches wie Auschwitz möglich gemacht wird, ist zu einer trivialen Seite ja irgendwie richtig. Ja klar, Gas kann man, und, wie heißt dieses Gas? Zyklon X? Zyklon B. Zyklon B und so weiter. Ja, die muss man erstmal haben, die muss man erstmal bauen, bevor man Menschen in ihnen vergast. Ja, aber es sind Zyklon B keine Judenvernichtung. Zyklon B war ein ungeziefer Vernichtungsmittel. Ja, das wollte ich gerade sagen, zur anderen Seite hin, ist es ein totaler Blödsinn, weil, sag mal, sag mal. Zyklon B war ein ungeziefer Vernichtungsmittel und es war ein kleines, fast triviales Experiment von Rudolf Höss, zu schauen, ob das vielleicht effektiver ist als Kronenmonoxid. Aber, was mich noch rasender macht an der Sache, es ist so, alles gut, du hast mir das Wichtigste erklärt, nämlich, dass Zyklon B ein ungeziefer Vernichter war, also auch zu was Gutem benutzt wurden, konnte anscheinend, ja. Eben, also, ach, nee, sorry. Auch die, auch die Idee, auch die Idee, dass durch Wissen überhaupt erst sowas Schreckliches wie Auschwitz möglich gemacht wird, ist zu dieser Seite also richtig. Ja, was denn jetzt? Ah, jetzt möchte ich kurz eingreifen, und zwar, jetzt bin ich mal wirklich ein bisschen zynisch in meiner Argumentation, weil, wenn Sie sagen, dass dieser industrielle Massenmord, der so hocheffizient war, dass der auf Wissen basiert ist, ist, wenn man, das ist jetzt wirklich gemein, ja, aber es ist einfach nur, um zu zeigen, wie sehr das einfach nicht stimmt. Ist das zum Beispiel, der, der, der Völkerformat von Rufranda, damals könnt ihr euch nicht erinnern, in den 90er Jahren, war rein von, von, von Tote pro Zeit, waren die sogar effektiver als die Nazis in den meisten Zeiten. Und die hatten einfach nur Macheten. Die haben keine große Wissenschaft verwendet, die haben einfach umgesetzt. Und tatsächlich ist es einfach, du kannst, an keinem Punkt, kannst du das zusammenbringen, kannst sagen, das Wissen ist Gewalt, Wissen ist Macht, es funktioniert einfach nicht. Es ist ein reines, artifizielles Konstrukt. Wissen ist auch nicht der Ursprung von Macht, wie das Randhahnpien sagt. Das stimmt nicht. Wissen ist nicht der Ursprung von Macht, sondern der Ursprung von Macht ist Gewalt. Ja. Und Gewalt dient einem Zweck. Und Gewalt ist das, was man ausführt. Und ich muss auch nicht, um gewalttätig zu sein, muss ich kein großer Wissenschaftler sein. Das gab es auch schon vor 5000 Jahren. Genau. Wie gesagt, Völkermord in Ruanda waren Leute mit Macheten, die marodierend durch die Lande gezogen sind. Das sind keine Wissenschaftler gewesen, die logistisch geplant haben, wie Eichmann und Hörst, sondern die waren einfach, die haben ihre Ideologie ins Werk gesetzt. Punkt. Aus. Das alles Wissen für alle Zwecke benutzt werden kann, stimmt nämlich einfach auch nicht. Mal auch so rum. Das Wissen, wie man eine Atommube baut, das heilt keinen Krebs. Tut es einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Und mit dem Wissen über den Kapitalismus kann man auch nicht den Kapitalismus besser machen, wie ich das gerade schon versucht habe zu erklären. Kann man. Da wird man einfach kein guter, besserer Kapitalist, wenn man weiß, dass hier das Wertgesetz herrscht. Wissen, das kann zu allen möglichen Dingen benutzt werden. Nicht, weil das Wissen selbst, nicht, weil es irgendwie an dem Wissen selbst liegt, sondern weil die Benutzung für alles Mögliche halt in dem Gegenstand liegt, den man benutzen will. Der Fakt, dass das Wissen über das Atom zum Beispiel sowohl für die Medizin benutzt werden kann, Magnetresonanztherapie oder sowas, als auch für die Atombombe benutzt werden kann, der liegt nicht an dem Wissen über das Atom, sondern er liegt an dem Atom selbst. Wenn man also wissen will, warum und wie manches Wissen für vermeintlich böse Zwecke benutzt wird, wie zum Beispiel die Judenvernichtung, muss man sich eben Gedanken machen über die Zwecke, für die dieses Wissen nutzbar gemacht wurde. Nächste These der kritischen Theorie. Die Naturbeherrschung an sich, die ist schon Gewalt. Also wenn man Natur beherrschen will, dann wäre das schon Gewalt. Selbst wenn es denn jetzt so ist, dass man das Wissen nutzt, um sich die Natur gehörig zu machen. Selbst wenn das jetzt, wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, ich habe jetzt Wissen und ich will wirklich die Natur beherrschen. Ich will die mir nützlich machen. Und selbst wenn man das dann schon Herrschaft nennen mag, also Natur an sich hat erstmal eigentlich gar keinen Zweck. Und deswegen ist auch die Idee, dass man ihr mit Herrschaft Gewalt an tue, unsinnig. Also zum Beispiel, wenn ich Wasser verdampfe, um eine Dampfmaschine zu betreiben, dann tue ich dem Wasser keine Gewalt an. Das ist einfach Blödsinn. Kohle verbrennen. Tue ich da Kohle Gewalt an? Blödsinn. Du verbrennst sie doch. Jetzt kann man natürlich sagen, und jetzt kommen die Tierrechtler und so und das stimmt schon. Ja, klar kann man sagen, ja, aber dem Tier tue ich doch Gewalt an, weil die haben vielleicht Zwecke und so weiter. Okay, andere Diskussion, aber prinzipiell erstmal, wenn man über Natur nicht als selbstbewusste Wesen nachdenkt, wie Tiere, sondern als Gegenstände, die man halt sich nutzbar machen kann, dann das wäre erstmal zu erklären. Da muss man mir schon mal sagen, warum man da irgendwie der Kohle Gewalt antut, wenn ich sie im Ofen verbrenne. Ja, aber Adorn und Haukeimer, die regen sich nichtsdestotrotz darüber auf, dass Natur nur Werkzeug ist. Haben die dann im Winter nicht geheizt? Was daran schlecht sein soll, das erklären sie gar nicht, sondern die postulieren das einfach. Indem die postulieren, dass die Natur, nein, nein, das Ding ist nicht, dass sie nicht heizen. Natürlich sagen die, das ist notwendig und das ist richtig, aber das Problem ist, dass es dann halt nur das wird und dass du nicht gleichzeitig, während du die Kohle heißt, sagst, wow, aber die Kohle habe ich dann doch noch nicht so ganz verstanden. Da steckt noch mehr drin. Nein, wirklich. Das ist wirklich, dass du das Heilige an der Kohle dann nicht mehr respektierst, sondern das nur noch als Mittel siehst. Ja, also das ist wirklich das, was die da beklagen. Adorno und Haukeimer regen sich darüber auf, dass Natur nur Werkzeug ist. Und was daran schlecht sein soll, das erklären die mit keinem Wort, mit keinem Wort, sondern die postulieren das einfach, indem die das postulieren, dass die Natur andere Zwecke hätte, als die der Mensch hätte, der sie eben für sich, für seine Zwecke in Beschlag nimmt. Ein Stein, den man benutzt, um eine Kokosnuss aufzuschlagen, der hat aber keinen Zweck. Ob der Stein zermahlen wird und dann seine Einzelteile irgendwie benutzt werden, um einen Zement zu bauen oder so, oder ob man den wirft, um jemanden den an den Kopf zu hauen oder so was. Das ist dem Stein völlig egal. Und man kann dem Stein auch so keine Gewalt antun. Bäume und Sträucher, die verfolgen Bäume und Sträucher. Ich habe tatsächlich Bäume geschrieben. Ich meine Bäume und Sträucher. Die verfolgen nun mal auch keine Zwecke und deswegen ist es auch, Blödsinn darüber zu reden, dass ihnen Gewalt angetan wird. Man kann ja sagen, tja, wenn hier alle Hölzer abgerodet werden auf der Welt, dann habt ihr Menschen irgendwann ganz schlechte Luft und dann gibt es Klimakatastrophe und so weiter. Aber dann wäre das Argument doch hier ein ganz anderes. Dann wäre nämlich mit den Zwecken, die ihr mit der Waldrodung verfolgt, schneidet ihr euren eigenen Zwecken, nämlich den eines wohlständigen Einkommens, selber ins Fleisch. Sollte man vielleicht nicht tun. Ja, okay, gut. Das Argument ist ja was ganz anderes. Aber so ein solch rationales Argument, nee, das wollen Adon und Hawker immer gar nicht machen. Sie wollen wirklich, dass man im Baum und Sträuchern eben wie die frühen Naturreligionen einen höheren Zweck reinliest und den dann auch respektiert und achtet. Man soll den Apfel nicht einfach nur essen und ihn damit vergewaltigen, sondern, nein, wirklich, ich meine das ernst. Ich weiß. Sondern sich anstattdessen in ihn und seine transzendentale Bedeutung verlieben, während man ihn kaut. Ich habe es auch gelesen, ich habe auch die Vorträge dazu gehört, das ist trotzdem manchmal, manchmal flasht es mir. Auch hier wieder die reaktionäre Konsequenz dieser Denkweise, die ist dann eigentlich auch klar. Materielle Bedürfnisse von Menschen, also Leute, die dann sagen, ey, ich habe nichts zu essen, ich brauche Holz, um mir mein Haus zu bauen, ich brauche die Natur, um mir ein besseres Einkommen oder Auskommen irgendwie in diesem Leben zu organisieren, die wird als Herrschsucht denunziert. Also der Zweck, den Leute sich dann stellen, um besser auszukommen, die Natur zu benutzen, ja, die ist dann schon Herrschaft. Das ist schon schlecht. Und jetzt kommt der, ja, vielleicht einer der Punkte, ich habe noch ein paar andere, aber wir sind bald durch. Der nächste Punkt, nee, mit dem ersten Buch. Der nächste Punkt ist, aus Naturbeherrschung folgt dann aber auch eben zwangsweise die Menschenbeherrschung. Der Mensch, das ist jetzt auch wieder ein Zitat, der Mensch teilt im Prozess seiner, seiner, Emanzipation, das Schicksal der übrigen Welt. Naturbeherrschung schließt Menschenbeherrschung ein. Also dadurch, dass man die ganze Natur beherrschen will und wir sind ja Teil der Natur, am Ende schließt man sich selbst ein in diesen Beherrschungswillen. Also, was sie sagen, aus Naturbeherrschung soll dann auch direkt Menschenbeherrschung folgen. Warum eigentlich? Das erklären die nicht. Das wäre doch eigentlich genau umgekehrt, eigentlich auch sogar fast logisch denkbar, dass man sagt, na gut, wenn wir die Natur richtig gut beherrschen, dann können wir vielleicht alle Bedürfnisse der Menschen befriedigen und dann wird vielleicht Herrschaft zwischen den Menschen obsolet, brauchen wir dann vielleicht gar nicht mehr. Dann haben wir doch Herrschaft über die Natur. Auf jeden Fall folgen aus dieser Beherrschung keine Gegensätze zwischen den Menschen erst mal, gar nicht. Die folgen dann eben schon eher aus den Zwecken, die bestimmte Menschen sich dann setzen. Und kurzes Eingeständnis hier, und das will ich auch mal ganz kurz sagen zu Nightmare, die hat das vorhin gesagt, ich will das mal kurz bringen, ich weiß, du hast einige markiert, aber diesen einen hier. Nightmare sagt, und das ist eines der wichtigsten Argumente, was natürlich immer kommt, um Adorno und Horkheimer und diese Leute zu verteidigen. Hier kommt dann natürlich die Kritik der instrumentellen Vernunft von Horkheimer, die eben in den kapitalistischen Bedingungen begründet sind, also die Verzweckung der Menschen zur Kapitalakkumulation. Jein, also, es ist schon so, dass Adorno und Horkheimer natürlich auch irgendwie den Kapitalismus kritisieren können und mitunter machen die das auch gar nicht so schlecht. Also ich meine, ich will mal eine Stelle hier zeigen. Seite 45. Ich hoffe, ich kriege jetzt die beste, ja. Einfach nur mal eine Erklärung des Lebens im Kapitalismus. Nachdem man den Lebensunterhalt derer, die zur Bedingung der Maschinen überhaupt noch gebraucht werden, mit einem minimalen Teil der Arbeitszeit verfertigen kann, die den Herren der Gesellschaft zur Verfügung steht, wird jetzt der überflüssige Rest die ungeheure Masse der Bevölkerung als zusätzliche Garde fürs System gedrillt, um dessen großen Pläne heute und morgen als Material zu dienen. Sie werden durchgefüttert als Armee der Arbeitslosen. Ihre Herabsetzung zu bloßen Objekten des Verwaltungswesens wie jede Sparte des modernen Lebens bis in Sprache und Wahrnehmung präformiert, spiegelt ihnen die objektive Notwendigkeit vor, gegen die sie nichts zu Vermögen glauben. Das Elend als Gegensatz von Macht und Ohnmacht wächst ins Unangemessene zusammen mit der Kapazität, alles Elend dauernd abzuschaffen. Also, wir werden viel, viel produktiver. Wir können eigentlich alles schon machen, um die Bedürfnisse von allen Menschen zu erfüllen, aber gleichzeitig wächst die Reservearmee, die kapitalistische und das ist doch ein Wahnsinn. Ja, dann macht er eigentlich eine ganz gute Kapitalismuskritik. Aber die macht er dann gar nicht richtig. Ein, zwei Sätze später kommen dann auch wieder die Gründe, warum er diesen Zustand eigentlich als absurd sieht und sind dann gar nicht die Richtigen. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist Folgendes. Immer mal wieder kommen solche Passagen, nicht nur in diesem Buch übrigens, das ist auch in anderen. Bei diesem Buch wird oft gesagt, bei Dialektik der Aufklärung wird oft gesagt, ja, die haben da in einem Code geschrieben, weil die haben das ja in den USA geschrieben und da McCarthy ist und so weiter und da konnten die nicht die ganze Zeit gegen den Kapitalismus wettern, weil dann wären die als Kommunisten denunziert worden. Deswegen haben die hier deren Antikapitalismus so ein bisschen versteckt. Fair enough. Mag sein. Dass da auch irgendwie ein Code drin ist oder irgendwas Verstecktes drin ist und dass man das dann irgendwie reinlesen muss. Die Aussagen, die die treffen in diesem Buch und nicht nur in diesem Buch, sondern auch in anderen Texten von denen, die lassen das nicht zu, dass die diese Schlüsse, die sie da versuchen zu ziehen über die Aufklärung, nur irgendwie als eine Kritik am Kapitalismus verstehen. Aber auch das muss man erst mal beweisen. Selbst wenn es so wäre, dass die sagen wollen, aus Aufklärung folgt Kapitalismus. Ja, zeig mir das mal. Wie folgt aus Aufklärung Kapitalismus? Kapitalismus folgt nicht aus Aufklärung. Kapitalismus folgt daraus, dass da eine bestimmte Leute von Menschen, eine bestimmte Gruppe von Leuten Produktionsmittel in der Hand haben und andere Leute jetzt dafür in Beschlagnahmen können, mit staatlicher Gewalt diktiert in Beschlagnahmen können, für sie zu arbeiten. Daraus folgt dann irgendwie, oder kann man noch viel mehr erklären dazu, das ist jetzt eine ganz vulgäre Erklärung darüber, wie der Kapitalismus zustande kommt oder was den begründet, aber ihr wisst ja mehr oder minder, was ich meine jetzt. Richtig gestellt haben die das ja auch am Ende nie. Nein, so ist es auch. Und deswegen kann man denen zumindest eins vorhalten, selbst wenn sie es so meinten, dass die immer mal wieder hier und da irgendwie den Kapitalismus kritisieren, dann haben sie es einfach scheiße, scheiße geschrieben. Aber sorry, dass man solche Texte dann raushaut, ohne die dann eventuell dann noch zu korrigieren oder den anderen Texten dann auch klarzustellen, was man eigentlich damit meinte. Nein, was der hier schreibt, ist keine Kritik am Kapitalismus. Das ist eine Kritik der Aufklärung. Sie hätten es ja machen können, also die sind ja wie in Deutschland gewesen und haben gelehrt in Frankfurt, also muss ich jetzt auch nicht so tun. Es war es nur in den USA zu McCarthy-Zeiten und sie hätten sich da irgendwie kodieren müssen. Nee, kann ich ganz kurz einen Vorschlag machen zum weiteren Verlauf? Weil ich finde das gerade sehr, sehr gut und würde sagen, dass eine Besprechung des Films The Zone of Interest hervorragend in den, also jetzt rein vom Narrativ der ganzen Folge, in den Anschluss an die Kritik der Dialektik der Aufklärung passt. Deswegen tatsächlich eine Bittstellung. Was sagst du dazu? Als Referent, wenn wir das zweite Buch Aspekte des neuen Rechtsradikalismus auslagern in den nächsten Zündpunkten, weil wir eh noch mit Dimitrov antworten, etc. Ja, 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 dann lass mich doch erst mal das erste Buch fertig machen. Ich frage noch, ich frage noch, der Vorschlag ist doch gut. Ist doch gut, finde ich okay, können wir so machen. Okay, weil dann mache ich nämlich noch Skulpturgedöns und dann sind wir gut? Ja, 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 alles klar, alles klar. Dann schläfst du hier noch ein, Genosse. Ja, ja, es ist auch scheiße lang, es ist scheiße lang geworden, aber man muss den dann, es ist sehr, sehr gut, deswegen gerne, mach weiter. Also, Chapeau dafür erst mal. Die Entwicklung des Kapitalismus läuft doch parallel zur Aufklärung. Nein, die läuft nicht parallel zur Aufklärung. Die, ja, vielleicht mag sein, also das übrigens bestimmt überhaupt nicht, ob die ja, ob der Kapitalismus, die suggerieren schon irgendwie sowas, der Kapitalismus und auch der Faschismus, also der Faschismus ganz klar, der Totalitarismus ganz klar, aber auch der Kapitalismus, deswegen sind ja dann auch immer die kapitalistisch-kritischen Textstellen da drin, die folgen irgendwie aus der Aufklärung aus oder aus der Dialektik der Aufklärung, sagen wir es so, aus diesen negativen Aspekten, die die Aufklärung mit sich trägt. Aus der sollen dann auch irgendwie Kapitalismus folgen. Ja, aber wie? Das wird nicht erklärt. Diesen Zusammenhang, der wird nie gezeigt. Und übrigens, da gibt es auch keinen Zusammenhang. Das ist ein Quatsch. Das ist ein Unsinn. Aus der Aufklärung folgt nicht Kapitalismus, auch wenn, und das bist nicht du, du hast das jetzt auch nicht so gesagt, Nightmare, aber viele anderen sagen das immer, dass Adorno und Horkheimer, vor allem viele Linke, antideutsche Linke auch, Adorno und Horkheimer irgendwie darauf bestehen, dass aus der Aufklärung, aus der Dialektik der Aufklärung dann auch der Kapitalismus folgt. Nur, der Kapitalismus, der kommt gar nicht, wie gesagt, durch Aufklärung zustande. Der ist ganz und gar nicht rational in dem Sinn, dass da, ja, dass das irgendwie im Sinne der Mehrheit der Leute wäre. Das Ideal, dass die beiden dem Kapitalismus da andichten, dass es sowohl Produkt als auch Ausdruck von Rationalität sei, also von Aufklärung, das ist ein Unsinn. Der Kapitalismus kam und kommt nicht zustande, weil irgendwer im Zuge der Auflegung meinte, dass die fürs Gemeinwohl rationalste Form, also rational in diesem negativen Sinn, des gesellschaftlichen Wirtschaftens im Sinne aller wäre. Nein, das ist Quatsch. Kapitalismus kommt zustande durch Gewalt, durch pure Gewalt, durch gewaltsame Scheidungen der Menschen in Privateigentümer und der damit einhergehenden Verteilung von Produktionsmitteln. Und auf Aufklärung folgt, also deswegen auch genauso wenig Kapitalismus wie für die Beherrschung, wie aus Aufklärung die Beherrschung der Menschen folgt. Das ist auch ein Unsinn. Und übrigens genauso Faschismus. Auch daraus folgt kein Faschismus. Kann vielleicht jemand sagen, Moment mal, ja, aber gut. Aber was man doch sagen kann, ist, dass wenn man Menschen nur als reine Mittel sieht, also zum Sklaven macht oder so, oder sie irgendwie vergewaltigt oder so, das ist doch schlecht. Auch da muss man auch wirklich sagen, also Menschen als Mittel zu sehen, übrigens ganz, ganz großer wichtiger Punkt der kritischen Theorie, dieses Menschen als Mittel, das ist böse, das ist schlimm. Könnt ihr übrigens nicht nur bei dem nachlesen, Erich Fromm und all diese Leute, die haben das alle drin. Aber auch daran ist eigentlich gar nichts wirklich böse. Auch hier, Menschen zu benutzen ist nicht immer was Schlechtes. Wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite und du machst meinen Sparringspartner und du bist damit einverstanden, da ist nichts Schlimmes dran. Wenn ich, Das ist Auslegungssache. Wenn zwei Leute einvernehmlich sich gegenseitig als Sexobjekt sehen und miteinander ins Bett gehen, auch da ist doch erstmal nichts Schlimmes dran. Ja, wenn da eine Person sagt, ich will das und die andere Person, sie will es nicht, ja, dann liegt da halt Gewalt vor und da muss man halt sagen, das ist schlimm. Aber wenn ich mir den Marek nehme und sage, guck mal, ich habe hier meinen Zündfunken gemacht, Marek, Lies mal bitte meinen Zündfunken durch und check mal, ob ich da irgendwas falsch gedacht habe. Ja, da mache ich mir Marek zum Mittel für meinen Punkt hier. So, und Marek findet es aber auch in Ordnung, weil er sagt, ja, das liegt halt auch in meinem Sinne. Da ist nichts Schlimmes dran erstmal. Das liegt nicht an dem Mittelsein, dass da irgendwas schlimm dran ist. Objektivierung ist nicht immer ein Problem. Ja. Lassen wir das mal hierbei so weit. Ich habe noch ein paar Zusätze für so andere Aspekte, die ich in meinem Buch auch finden kann. Ich mache mal nur die Überschriften für viele Fehler, die ich glaube, die die auch machen. Erklären, das hatte ich schon erwähnt vorhin und auch schon angestimmt und deswegen muss man das jetzt nicht nochmal im Detail machen. Erklären ist für Sie wie für jeden anderen Philosophen gleich Rechtfertigung. Das ist dieses Ding von wegen, man kann Auschwitz nicht erklären. Dann, die machen ein ganz großes Fass auf darüber, dass das partikuläre Interesse, das einzelne Interesse von einzelnen Leuten, dass das irrelevant beziehungsweise, dass das nicht geltend sein darf, sondern man muss einen allgemein verbindlichen Maßstab finden. Einen allgemein verbindlichen Maßstab, zum Beispiel, wenn man sich irgendwie gegen den Kapitalismus feindlich stellt und sagt, du, Kapitalismus, ich finde dich scheiße, ich will dich weghaben, dann kann man das nur unter einem Maßstab machen, der auch den Kapitalisten selbst einleuchtet. Man kann da kein Argument vorbringen, wo man einfach sagt, es geht mir aber scheiße in diesem System und deswegen will ich das System nicht haben. Nee, man muss einen allgemein verbindlichen Maßstab finden. Auch natürlich ein großer Fehler. Aufklärung sei sowieso totalitär und nicht nur deswegen, weil es Aufklärung ist, sondern weil Systematisierung von irgendwas sofort irgendwie totalitär wäre. Auch ein Unsinn. So, und dann habe ich noch eine Kritik übrig, das wäre dann mein letzter Zusatz gewesen, den ich jetzt aber nicht bringe, das mache ich dann vielleicht im nächsten Mal. Dieses Buch hier, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, aber da kann ich einfach mal sagen, was da wirklich erschreckend ist, ist, nach all diesem ganzen philosophischen Geschwurbel, das wir uns gerade durchgezogen haben oder uns gerade durchgequält haben, kommt der da in der Vorlesung und lässt den blödesten, also wirklich zentralen für politische Bildung artigen Scheiß darüber aus, was es den Faschismus ausmacht. Also es ist wirklich erschreckend. Da nimmt er sich selbst dann mit Dialektik der Aufklärung und so, nimmt er sich, wenn es dann wirklich um pragmatische Fragen geht, nimmt er sich dann selbst auch nicht mehr so ernst. Das ist dann alles auch schon irgendwie gegessen. Aber eine kurze Zusammenfassung will ich dann doch noch geben, jetzt exklusive diesem Buches. Also, Zusammenfassung. Adorn und Horkheimer, die erklären weder Faschismus noch Staat noch Kapital noch Volk noch Nation. Das ist alles gar nicht deren Sache. Das interessiert die nicht. Ihre Sache ist, eine Methode auf die Beine zu stellen, die die Aufklärung mit ihren sogenannten guten Seiten, die sie sehen, hochhält und gleichzeitig das Heilige und das Sinnstiftende der metaphysischen Welt oder der Metaphysik in der Welt hochhält. Diese beiden Sachen, wie kriegt man diese wie sich widersprüchlichen Sachen gleichzeitig hochgehalten und gesagt, wir wollen die beide, wir wollen die beide machen. Und das ist eine widersprüchliche, eine widersprüchliche Zielsetzung, die dann in so verrückten und widersprüchlichen Sätzen und verschwurbelten Ideen enden muss. Es werden Denkvorschriften dann auch gemacht am Ende, Erklärung und Aufklärung, also wie soll es gut und richtig sein, ja gut und richtig und mehr davon, wir wollen mehr Aufklärung, aber nicht ungezügelte Aufklärung, also eine Aufklärung, die nicht bedenkt, dass mehr hinter den Dingen steckt, also ein höheres, sinnhaftes, nicht begreifbares, das ist das Übel der Aufklärung und dem muss man dann sagen. Anstatt zu sagen, dass die philosophische Sinnsuche, dass das ein Blödsinn ist, dass man sich so gar nicht erst gegen die Welt stellen sollte, dass man sich diese Welt erklären sollte und sich dann einfach mal fragen sollte, ob das in seinem Sinne ist oder nicht, sagen die, nee, 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 wir wollen Sinnsuche. Auch wenn wir mit Auschwitz gelernt haben, dass die Antwort auf die Sinnsuche niemals findbar ist. Sinnsuche, ja, immer ans metaphysische Denken, immer ans transzendentale Denken, niemals das Hier und Jetzt für vollnehmen, aber niemals den Sinn wirklich finden. Und dieses Interesse durchzusetzen, dieses widersprüchliche Interesse durchzusetzen, da müssen Sie dann mit lauter falschen Bestimmungen von Aufklärung, Wissen und Wissenschaft aufwarten, weil es ist halt auch einfach ein widersprüchliches Interesse, was wir haben. Letztendlich basieren die meisten Fehler von denen auf falscher Vermischung von Theorie und Praxis, die die beiden, also Theorie und Praxis, gleichsetzt. Im Verstehen selbst schon die Herrschaft über die Ermächtigung der Sache sieht, also die Gewalt über sie sieht. Als Lösung propagieren die dann dementsprechend auch einen irrationalen Reaktionismus der Versöhnung mit Dingen, der Nähe und Liebe zu den Dingen, wie gesagt, Liebe zu dem Apfel, dem man ist und so. Und jetzt mal wirklich richtig polemisch und ich weiß, das wird mich noch mehr aufregen, aber das meine ich wirklich ernst. Hätten die Nazis und die Sowjets, und nochmal, für Adorno und Horkheimer besteht da kaum ein nennenswerter Unterschied, habe ich noch nicht gesehen, hätten die Nazis und die Sowjets mal dran gedacht, dass alle Begriffe von Volk, Nation und Staat ja richtig und falsch sein mögen, aber eben nicht alles sind, dass hinter ihnen noch ein größerer Sinn steht, den man zwar nicht finden soll, den man nicht finden sollen darf, aber den man suchen sollt und vor dem man dann das eigene Wissen immer wieder in Demut zurückstellt, dann hätten sie wahrscheinlich auch nicht Auschwitz und den Gulag gemacht. Wenn sich das nach einem Blödsinn anhört, dann deswegen, weiß, dass es auch einfach ist. So, ich habe fertig. Tatsächlich jetzt einfach mal ganz uneitelnden Kudos für das Durcharbeiten dieses durchaus ganz springenden Textes. Ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war das so anstrengend, das war vor Jahren, da habe ich auch nicht viel kapiert und da habe ich dann auch aufgehört, aber jetzt, ich habe jetzt noch mal wirklich intensiv vor allem das erste Kapitel durcharbeitet, Dialektik der Aufklärung, der Begriff der Aufklärung und das geht eigentlich. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich jetzt mehr so Zeug gelesen habe oder so, aber wenn man eigentlich, wenn man so ein bisschen, wenn man am Anfang checkt, die ersten zwei, drei Seiten oder vielleicht die ersten zehn Seiten checkt, worauf es denen ankommt und dann diesen Gedanken im Kopf behält, in der Mitte wird es dann so richtig philosophisch verschwurbelt und am Ende wird es wieder ein bisschen konkreter. Also diese 40 Seiten, die kann man durchlesen. Ihr könnt das ja euch mal durchlesen und sagen, ob ich da alles so falsch entwickelt habe. Das gibt es sogar von dem Genossen als Hörbuch auf YouTube. Okay. Also kann man, das Buch des Jahrtausends. Nee, hör auf. Gut, tatsächlich kleiner Applaus hier für das Zusammenfassen. Wir machen in nächsten Zündfunken dann weiter mit, es wird sicher Flag geben für unsere Kritik an Adorno, das heißt, die werden wir auch noch aufgreifen. Wir müssen noch was zu Dimitrov sagen, da gab es ja Kritik. Da gab es auch Kritik an Dimitrov, an unsere Dimitrov-Einordnung, die werden wir auch noch machen. Menschlich. Und eben auch Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Da machen wir mehr Folgen über, wie man Faschismus nicht erklärt, als Folgen, wie man Faschismus erklärt. Ja, aber am Ende, Am Ende, aber da hast du ja auch völlig recht mit, weil wenn man in die Welt blickt, genau das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Viel mehr Leute erklären dir um den Faschismus herum als den Faschismus selber. Ist einfach so. Ich glaube, da fragt jemand, ob man das als Text findet, ja, ja. Ach so, meine Ausarbeitung jetzt, ja, ich werde das bald ein bisschen ausarbeiten und dann packe ich das. Kam auch vor, ob wir unsere Faschismus-Reihe in den Blog posten können. Sollten wir wirklich machen. Genau, also ich glaube, den Text werde ich in den Blog posten, aber ihr könnt vor allem hier, lest mal diesen Text und sagt mir mal, ich meine, vielleicht sagt der, ja, genau, den kann man runterladen, das ist mittlerweile alles offen. Könnt ihr mir sagen, ob da alles falsch ist. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann sharet, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den untergeheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über Paypal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft Duft. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.